Das ist meine Notstromversorgung. Gleich danach meine erste selbstgebaute Batterie. Von Segen worden war inspiriert. Dies habe ich vorgestern oder gestern selbst gemacht. Das sollte so landlos werden, wer noch die Batterie baut. Kacksack für meine Experimente. Meine selbstgebaute Batterie vor 1,8 schon. Bald schon 2 Volt drinnen. In dem Ding schon 2 Volt bald. 1 Volt. 1,7,8. 1,8,8. 1,8,8 schon. Bald in 3 Stunden. 1,8,8 schon. Der muss launen. Schau mal wieviel Ampere der durchfließt. Weil... 1 mit fast kein Ampere. 1,90 schon. Weil schon 2 Volt drinnen. Danke, Segen. Ob das du mir das gezeigt hast. Und danke. Action for free. Und danke. Zuvor war es hier. Da war es so heiß. Jetzt ist meine Entdeckerl-Bassler-Stäßen hier aufgebaut. Und... Segen eurem Bob. Kommt nochmal nach Litsch und schreibt bitte. Wirklich doch. So. Auch viel Kabel. Auch viel Kabel. Und da angehängt. Was ist das denn? Ja. 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 Ich bin gerade dabei. Da. Wir können nicht denken. Wir können nicht denken. Wir können nicht denken. Hallo. Hallo. Michi Katze